Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Der Weihnachtskracher ist der größte Knaller im Unterhaus. Der HSV-Tabellen Dritter gegen Schalke Tabellen Vierter. Spektakulär könnte das Fußballjahr nicht zu Ende gehen. Und nun hat Bild mal vier sogenannte Experten befragt, wer denn die größte Nummer der zweiten Liga ist. Hamburg oder Schalke? Und der erste, der sich geäußert hat, ist Heribert Bruchhagen. Er war ja 1-Manager beim HSV, später noch Vorstandsvorsitzender, aber auch bei uns Schalkern war der ehemalige Top-Funktionär-Manager von 1989 bis 1992. Und Bild stellt folgende Fragen. Wie schätzen Sie Ihre Ex-Klubs ein? Beide Mannschaften haben sich stabilisiert. Der HSV hat in letzter Zeit sehr überzeugend gespielt und auch Schalke wirkt verbessert. Wer könnte der Unterschiedsspieler sein? Für mich ist es auch nicht Kittel. Ich kenne Kittel, seit er 15 Jahre alt ist. Ich habe damals bei Eintracht Frankfurt mit ihm und seiner Mutter den ersten Vertrag ausgehandelt. Er ist der zentrale Schwerer im HSV. Kittel ist ein außergewöhnlicher Fußballer. Und natürlich auch wird gefragt, was Bruchhagen tippt. Ich sehe den HSV-Reihen gefühlsmäßig als Favoriten an. Tipp 3 zu 2. Der zweite Experte ist natürlich, und er darf nicht fehlen, Hüb Stevens. Er ist ja eine Legende. Auf Schalke mit den Königsblauen, 1997 in der UEFA Cup, wurde von den Fans zum Millionen-Trainer gewählt. Und nun fragt Bild, worauf dürfen sich die Fans freuen? HSV gegen Schalke war schon immer eine große Herausforderung für beide Vereine. Die gehören einfach nicht in die zweite Liga. Das war in der Bundesliga mein Topspiel, auch für mich als Trainer. Wer wird der Spieler des Spiels? Fragt auch die Bild-Zeitung Hüb Stevens. Und für mich könnte mein Landsmann-Lodo Witt-Reiß-Unterschied ausmachen. Der ist ein super Spieler. Für einen Spieler wie ihn wäre in der Bundesliga vom Spielstil besser. Ich hoffe, er spielt nächstes Jahr da. Wer gewinnt, fragt Bild-Typ-Stevens. Schwierig zu sagen. Ich tippe auf unentschieden 1 zu 1. Der dritte Experte ist Dennis Aogo. Auch er hat ja eine gemeinsame HSV- und Schalke-Geschichte. Der Ex-Nationalspieler spielte von 2008 bis 2014 beim HSV, wechselte dann zu Schalke und kickte dort bis 2017. Sie kennen beide Teams bestens. Was macht sie aus? Erstmal ist es gut, dass beide Vereine jetzt dort sind, wo sie hingen in der zweiten Liga. Nämlich nach oben. Es ist ein emotionsgetriebenes Spiel. Das macht beide Vereine auch aus. Die Fans sind sehr leidenschaftlich. Welchem Team drücken sie mehr die Daumen? Mein Herz schlägt mehr für den HSV. Dort bin ich groß geworden. Da bin ich als Nationalspieler gereift. Bei Schalke waren wir eine Zeit, dass das Erfolgreiche mit der Champions League Teilnahme. Aber dennoch bin ich dem HSV sehr verbunden. Wer gewinnt, fragt die Bild-Zeitung. Dennis Aogo. Ich glaube, dass Hamburg gegen Schalke gewinnt. Tipp 2 zu 1. Fehlen darf natürlich bei so einer Expertenrunde natürlich auch nicht Peter Neurohrer. Ex-Schalke-Trainer Peter Neurohrer ist ja nicht nur Kult, sondern auch absoluter Zweiteleger-Experte. Laut der Bild auf den HSV trafen sie in der Trainerkarriere sogar schon 13 Mal. Welche Erinnerung haben sie an Schalke gegen den HSV? Als ich Trainer war, gab es gegen den HSV immer ein Spitzenspiel. Und jetzt ergibt sich endlich mal wieder die Chance, dass es auch in der zweiten Liga ein absolutes Top-Spiel wird. Beide Teams sind nicht gut gestartet in die Saison. Jetzt haben sie es wieder geschafft, an die Aufstiegsplätze ranzukommen. Das wollen sie sich nicht nehmen lassen. Wer gewinnt? Natürlich die alles entscheidende Frage. Mein Favorit ist der HSV, weil Schalke nicht auf die beste Mannschaft zurückgreifen kann. Da fehlt der gesamte Sturm. Man darf Schalke aber nicht nur schätzen, das sah man gegen Nürnberg. Tipp von Peter Neurower ist ein 2 zu 2. Also, die Bild hat vier Experten befragt. Zwei sagen unentschieden, zwei sagen HSV-Sieg. Ja, am Ende gewinnt Schalke. So klar ist es doch. Eure Meinung zu deren Meinungen? Gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.